So, hatte ich noch was zu trinken? So, hier war es. So, hab ein neues. Das wird wahrscheinlich nie wieder drauf hinauslaufen, dass ich mit Sven spiele. Und die Leute, mit denen du gestern gespielt hast, die wollten nie mitmachen bei sowas? Ich habe ja nicht freiwillig mit denen gespielt. Ach so. Ich habe eine öffentliche, glaube ich, leerbekommen und die sind dann irgendwann alle nachgejoint. Das war reiner Zufall. Ich habe gestern mal meine FA ein bisschen überarbeiten und einige gelöscht. Ja, ganz keine Zeit dazu. Mehr war gestern mal da noch. Ach, wie hielten die aus? Obwohl, das hat er ja bei uns zu bedeuten, ne? So. Keine Wetten abgesehen. Du bist im Team Fahrer. Also machen wir wieder zwei Autos, ne? Und wenn du es überhaupt schaffst. Okay. Wow. Du schießt eh noch. Oh. Habe ich dich noch mitgenommen? Habe ich dich noch mitgenommen? Nö. Nö. Da steht hier oben noch. Okay. Ja, da hat mich mitgenommen, aber ich bin stehen geblieben. Das hört sich nur so an, als wäre da irgendwie, als hätte ich irgendwas mit dem Hinterreifen mitgenommen. Ich sag mal so, die das erste Mal dort oben stehen, die haben einen Vorteil, ne? Die sehen jede Schwachstelle. An dem Gebäude die jetzt. Schade. Fast. Es wird aber klappen. Du hast mich jetzt gerade genauso erwischt wie eben den Dings. Wie gesagt, nee, jetzt fühlt es sich heute sich das nicht so an, aber eben hörte sich das tatsächlich so an. Jetzt hätte ich den Rico erwischt beim Hinterrad. Oh, das passiert hier. Alter, ihr seid, also auf dem, auf der Map hier ist es voll schwer, die Autos zu treffen, weil du das nicht einschätzen kannst, wann ihr über die Rambe kommt. Ja, cool. Ja, ich bin hängen geblieben unten drunter, das ist das Problem. ich wollte eigentlich danach zurück etwas auto wechseln das war alles gut ich weiß ich lag auf dem dach das werde ich da dir keine chance beim bäder hat oder umsinnige das habe ich gemerkt ja ich habe hier riesige blutspur alter also jetzt hast du mir auch aus ich habe sich mit runter gezogen auch mit den unterkrieg hat dann die kanone vorne dran wenn du schaffst 2 die schießen auf mich ich bin bundesagent immer noch ich bin sogar befordert worden ja voll getroffen jawohl ein riko hast du habe ich ja sehr schön ich habe so gedacht der unterstützte kehl bekommen ja es glaube ich schwer da hochzukommen oder denkt haben wir gesagt nur zwei wechseln ja das war jetzt auch jetzt das letzte verzwerte die hatten mich verkorde ja ich wollte gerade aber dann bin ich mehr unten auf dem dach gelandet aber sie ist ja geht nur übelst spät ne schade ja das weggegangen marcus weine nicht wenn der regen kommt daumen aua ich bin kurz voll der sven der weit nur wenn der kev kommt dam dam der weint sich der freut sich na freude ist das eher nie weil das was er mitbringt das ist nicht wort der hit ich bin zu langsam er hat er genau das ist mir auch passiert damit ich da runter und mich um habe ich aufs dach gelegt oh hier liegt da ein riko noch dann kommst du hier wieder weg mensch marcus wartet doch mal ab bis ich wieder fertig bin hier eigentlich hat jetzt bock auf dieses matchbox diesen smart brauchst du auch nicht wie es ist aber das ding jetzt hätte man nicht aus oder das wird eine rakete außerhalb des zweck oder ist eine schlimme einfach nur aus dem panggrund auch es haut da nie immer ab also werden lassen sich doch mal treffen ich habe den windschatten gespürt geht mir keine tiefe auf hier schade ich habe vorgesagt genau das ist mir passiert tja ich sage mal marcus ist wirklich gut auf schütze da kannst du nicht antworten das ist alles gut er hat auch kein schlechter der hatte nur durchaus glück hat dass ich ihn schon mit runtergenommen habe weil ich lag ja schon wieder ich habe den unterstützten kill ja bekommen also muss ich dich ja getroffen haben ich habe es gehört dann habe ich gedacht den hast du wohl doch was er denn mit runtergenommen wird alles gut ich könnte ich könnte auf die fresse ja jetzt die rolle davor nein mit ansage aber mit ansage ich wollte nur die waffe aufwärter geht komplett hast du schon hast du normalerweise schon ja habe ich auch gehabt aber nein ja so aus das hätte euch beide getroffen nein mann das war mit ansage jetzt wieder eine meiner fans was hast du denn gemacht jetzt der hat dagegen geschossen gegen das däger ich bin gerade aufs wenzu auf einmal schießt dagegen die brücke und strengt sich selber in die luft also die rund ammer die haben wir unten über den geschenk kampflos naja kampflos wie ich habe ich noch was kaputt gemacht ja schön dich ja mein wagen ja 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 können ja nicht alles gewinnt werden dass du gleich runter springst da wollte ich alle und ich wollte studiert umleben ja ich wollte ich als waffe habe bis weiter vorne gegangen ich habe gerecht dass die scheiß brücke so schmales passiert ohne jemanden dem das löchlein streichelt möchte ist wenn ich weiter mal auf damit nein habe ich mitgenommen was wir erwischt aber nur so sich hinfahren man ja auch das war wieder hatte ich gehört also direkt hat sich selbst im freitod gesprungen aber ich muss wechseln die kartenwürfe das gerade richtig gehört die sterben die sterben scheiße was hast du getan ich habe heute gelaufen helikopter und ja du kannst du hinten wegnehmen du kommst hoch die rampe muss ja hoch los aber warum weil die waffe gut ist ja warum selbst machen weil der heli runterfliegen wollte und ich bin auch weil du das eben auch gemacht hast ja ich dachte mir schon muss ich versuche das ding hier selber zu retten scheiße jetzt sehe ich gerade erst was was du schaffen kannst und zwar kevin auf die außenbahn zurück du musst die rampe hochfahren oder kannst den ball runterwerfen da explodiert das fast dort irgendwo der markus steht das da recht sie die das ding hoch 0 bekommst du ja ja dann dachte ich mir schon wenn die die drei auf der anderen seite ja ich habe schon gesehen was du meinst ich muss das jetzt mal dahin also jetzt hängt die met langsam anspaß zu machen hat er voll geklappt derweil ist auf mich gefallen ihr seid super intelligent ihr seid super intelligent ich habe nie gesagt dann bald ich habe gesagt an der seite hoch wir haben nie gesehen ja schön hier bin ich jetzt gestorben jetzt haben wir da eine menge tricks gezeigt ist gut also das ding aber mehr oder weniger selbst verschenkt die tricks die waren aber nicht gut die waren absolut gar nicht gut als verteidiger kann ich auch kein freitur zu schwer zu stehen klar hat der dritte auch jetzt gut ja alles gut passiert aber ich muss mal die map macht die naja hat was so jetzt mal nicht in tod springen mein herzhaft aus wenn das ist doch lieber die ich bitte aber nur in dem zu deinem charakter jetzt wird es doch nicht du kannst du kannst die rolle nicht ich habe ich habe ich habe das drückbein abgekriegt ja das aber klar da war es derzeit super intelligent ihr seid zu klicken die habe eigentlich nichts gemacht das hat trotzdem das ding ja stimmt ihr wart einfach nur zu doof definitiv naja ist das stream live lohnt sich das dass alle uns ausmachen ja ne das sind viele viewer habe ich gar nicht das war eine lustige runde katsche naja jude 1 2 und 3 und Untertitelung des ZDF, 2020